Aber irgendwie hatte dieses Tor aus der Anfangsphase lange auch gerechtfertigterweise Bestand. Hier noch einmal Ralf Fährmann. Er wischt den Ball nicht genau, der rutscht ein bisschen über seinen Spann. Und Cissé braucht nicht viele solcher Möglichkeiten. Hier noch einmal dieses 1 zu 1. Rollt der Ball, rollt er nicht. Ich glaube, Wingenbach hat gar nicht mehr exakt drauf geachtet, ob der Ball ruhte oder eben nicht. Raoul hervorragend.